Das war's für heute. der schlüssel haben sie ihn gefunden die zwerge ich habe sie gehört suchend grabend wie habt ihr den schlüssel hierher gebracht ich bin auf der suche nach korypheus wisst ihr wo oder was er ist spricht seinen namen nicht aus er wird euch hören weckt ihn nicht auf nicht wenn ihr den schlüssel in den händen haltet die tür wurde hinter uns versiegelt gibt es noch einen anderen ausgang wir können erst hier weg wenn wir sichergestellt haben dass dieser korypheus nie wieder jagd auf uns macht solange die wände stehen gibt es keinen weg hier raus die wächter haben ihre gefängnisse gut gebaut wen kümmert es was sonst noch gefangen wird solange nur das zentrum hält ich bezweifle dass wir hier hilfe finden hier seid das blut des rock ich rieche die magie an euch aber ihr habt den schlüssel den schlüssel zu seinem tod ich kann euch den ausgang zeigen sehr schön was muss ich tun die siegel halten uns fest alles kommt hinein nichts jemals hinaus nicht ohne den schlüssel der schlüssel er hat die siegel erschaffen er kann sie auch zerstören jedes siegel berührt es mit dem schlüssel nur dann öffnen sie sich nur für die hork nicht zurück nicht nach oben der einzige weg nach draußen ist abwärts und durch das herz nach unten nach unten in die tiefe werden wir etwa auf diesen verrückten hören die verderbtheit hier unten muss an diesem ort bleiben wir haben in kirkwall schon genügend probleme ich kann tatsächlich beides sein das ist ein schwieriger balance ab schwieriger als der den die magier zu bewältigen haben du scheinst damit nämlich ziemlich ein schlüssel schlüssel Das war's für heute. Lasst mich raten. Das erste Siegel? 2000 Jahre hat die Magie bestand. Es wurde nie gebrochen. Gebt ihm den Schlüssel. Lasst ihn sich die Magie zurückholen. Sie aufnehmen. Alle, die zuvor kamen. Das Blut wirkt. Es ist gut. Danke für eure Hilfe aber. Wer seid ihr? Habt ihr einen Namen? Name. So lange habe ich meinen Namen nicht gesagt. Larius. Ich war Larius. Da war auch noch ein Titel. Kommandant. Kommandant der Grauen. Er war wirklich ein Wächter. Der arme Kerl muss hier heruntergekommen sein, nachdem er zu seinem Ruf aufgebrochen ist. Ja. Der Ruf. Die Lieder werden lauter. Nur der Tod beendet sie. Ich bin tot. Aber ich bin nie gestorben. Wenn ihr ein Wächter seid, wisst ihr dann, was gerade geschehen ist? Was hat das Siegel mit meinem Blut zu tun? Die Magie. Sie reagiert auf das Blut. Lies die Gedanken dessen, der es hält. Der letzte, der ihn hielt, war der Hork. Ich... Ich war dort, als er die Siegel anbrachte. Bevor... Bevor ich zu dem hier wurde. Ihr macht ihm Ehre. Korrefeus ruft. In der Dunkelheit. Was wartet dort? Ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Kommt schon, Blondschopf. Ihr seid stark genug, um es zu überwinden. Ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Ok. Ich höre nicht zu. Das war's für heute. Das war's für heute. Es gibt noch mehr Sieben. Bei einer Verzauberung wie dieser kann es gar nicht anders sein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.